Zwei Extras der Sternsinger App sind die Bereiche Besuche und Sprüche. Bei den Besuchen könnt ihr zum Beispiel besondere Termine eintragen, die sich schon im Vorfeld zur Sternsinger Aktion ergeben. Wenn ich hier auf Besucher drücke, sehe ich zum Beispiel, dass Herr Balthasar Melchior sich gewünschen hat, dass die Sternsingerinnen und Sternsinger am 6.01. bei ihm um 10 Uhr vorbeikommen. Ich kann hier die Adresse eintragen, die Degen Gasse 60, auch eine Kontakttelefonnummer und wieder eine Notiz festlegen, wie zum Beispiel Liste für Spendenbestätigung nicht vergessen. Ich gehe hier auf Speichern und habe gleich meinen ersten Besuch hier erfasst. Besuche können ganz unterschiedliche Dinge sein, wie vielleicht Essenseinladungen oder besondere Termine im Zuge der Sternsinger Aktion. Wenn ihr die Gruppeneinteilung erstellt, könnt ihr im Punkt Besuche zum Beispiel einer Gruppe, die am 6.01. unterwegs ist, einen Besuch vom 6.01. gleich hinzufügen. Beim Punkt Sprüche könnt ihr als Organisatorinnen und Organisatoren Dokumente hochladen und auch Texte einfügen, die die Begleiterinnen und Begleiter dann während der Aktion auf ihren Handys sehen. Ihr könnt hier zum Beispiel euren üblichen Sternsingerspruch auch hochladen. oftmals ursprünglich durch Sie in Knife. Dann gibt es ein Warnnders Fill im Zuge in unserer Gruppe. Dann sollte es zum Beispiel die Begleiterung sein, Frau cross-Aixon als Tog ein bisschen leicht employ aviation hat. Das ist dann home dieses Menschen snake, und dann macht es so ein R organizations. Vielen Dank.